Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Max und wir sprechen heute über den K&F Concept Nano X Series ND Filter mit 5 Stufen. Ich würde mich über ein Like auf das Video und ein Abo freuen und jetzt viel Spaß. Starten wir mit dem ersten Eindruck. Der K&F Concept Nano X ND Filter präsentiert sich in einer ansprechenden grauen Tasche, betont durch eine elegante braune Lasche. Trotz der fehlenden Beußerung wirkt die Verpackung hochwertig und kommt mit einem effizienten Verschlussmechanismus daher. Auf den ersten Blick überzeugt der Filter mit seinem robusten Aluminiumgehäuse und einem edlen mattschwarzen Finish. Der Federring bietet eine angenehme Haptik, trotz leichter Inkonsistenz in der Drehung. Die Markierungen in Form von Punkten an der Seite für verschiedene ND-Stärken betonen die Funktionalität und die einfache Nutzung. Kommen wir zur Funktionalität des ND-Filters. Der Filter beeindruckt mit einer breiten Palette an Funktionen. Das heißt, dass er zum Beispiel zwischen 5 Stufen Intensität hin- und herschalten kann. Das ist von ND2 bis ND32. Er hat 18 optische Gläser für eine unverfälschte Farbwiedergabe sowie eine Nano-Beschichtung für zusätzlichen Schutz. Die antireflektierte grüne Beschichtung und die beidseitige Reduzierung von Streulicht sind ebenso bemerkenswerkte Eigenschaften, die zur allgemeinen Qualität des Filters absolut beitragen. In der Praxis überzeugt der Filter durch seine einfache Handhabung und die Fähigkeit, die versprochenen Ergebnisse zu liefern. Eine leichte Wignettierung und ein minimaler Farbstieg sind zwar vorhanden, beeinträchtigen aber die Gesamtleistung des Filters nicht. Die Vermeidung des X-Effekts und die Minimierung von Weitwinkel-Wignettierungen unterstreichen die technische Vielfältigkeit des Filters. Zusätzlich zur Videografie, wo der Filter absolut seine Stärken ausspielen kann, ist er auch für Fotografieaufnahmen eine solide Wahl. Kommen wir zum Fazit. Der Nano X ND Filter aus dem Hause K&F Concept ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das sowohl in Sachen Design als auch in der Funktionalität überzeugt. Mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis und einer soliden Leistung ist der Filter eine empfehlenswerte Investition für alle Fotografie- und Videografie-Enthusiasten, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Was sagt ihr zum Nano X ND Filter von K&F und Concept? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.